Mentales Training bzw. Mindset-Training ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zu mehr Energie, Motivation und Erfolg, egal in welcher Form. Denn am Ende des Tages beginnt alles da oben in der Rübe. Da gibt es ein schönes Sprichwort, egal ob du glaubst, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, du hast in beiden Fällen recht. Denn so wie du an die Sache herangehst, so geht es dann oftmals auch aus. Und ich behaupte, dass viele Menschen, viele von uns, das Potenzial, das wir da oben haben, nicht ausreichend nutzen, weil oftmals dann das Gefühl dafür fehlt, okay, was kann ich denn da tun, um meine Mindset-Kapazitäten besser zu nutzen. Und da ich in einigen Nachrichten, die ich da regelmäßig bekomme, das Gefühl gehabt habe, hey, da wäre es cool, ein bisschen was Praxisorientierteres zu geben, habe ich mich entschieden, dass wir da eine kleine, feine, coole, knackige Rock-TV-Folge machen. Und zwar 8 konkrete Start-Tipps für mentales Training. Wenn du sagst, das Thema ist grundsätzlich extrem spannend und geil, das empfehle ich jeder Person, egal was die Ziele sind, sportlich, wirtschaftlich, unternehmerisch, beruflich, was auch immer, unbedingt mit dem Thema, was da oben bei uns im Köpflein passiert, beschäftigen. Ich habe ein eigenes Buch darüber geschrieben, eine Anleitung fürs Leben. Das bekommst du im Rock-Sports-Online-Shop, da geht es im Grunde um 300 Seiten richtig geilen, knackigen Praxis-Input, wie man das Mindset da oben auf Vordermann bringt. Extrem spannendes Thema und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wie viel Potenzial man eigentlich da noch umgenutzt lässt. Richtig, richtig geil. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Rock-TV-Folge. Chris The Rock, mein Name, ich bin Gründer und Inhaber von Rock Sports. Wir entwickeln und produzieren die feinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität. Es geht Sportnahrung, aber nicht nur für Sportler, sondern generell für gesundheitsbewusste Menschen, die ihre tägliche Ernährung ein bisschen proteinreicher gestalten möchten. Du findest alles unter rock-sports.at, denn neben der Sportnahrung gibt es noch viele, viele weitere Dinge, eben zum Beispiel auch sowas. Denn mir geht es darum, nicht nur die feinste Sportnahrung zu entwickeln, sondern auch das ganze Wissen rundherum. Wie kann ich denn Ernährung, Training, Regeneration und eben auch heute das Thema Mindset unter einen Hut bekommen? Ja, und jetzt schlage ich vor, wir starten direkt ins Thema rein. Warum genau acht Tipps? Das kann ich da gar nicht sagen. Ich bin in der Vorbereitung auf diese Folge in mich gegangen und habe einfach einmal die Dinge hergenommen, die für mich als erstes in den Sinn kommen und die ich auch regelmäßig selbst nutze, die mir persönlich sehr, sehr viel bringen. Das ist natürlich immer individuell. Das heißt, wenn du da viel tiefer ins Thema einsteigen willst, kann ich dir einfach noch einmal das Buch empfehlen. Da findest du viele, viele geile, in Summe genau 78 verschiedene Lektionen, die genau in diese Kerbe auch mit reinschlagen. So, wir starten einmal los mit dem Bereich Ziele setzen und visualisieren. Das Thema ist schon abgelutscht aus meiner Sicht, aber es ist einfach so essentiell, man kann es nicht verneinen und zwar Punkt Nummer eins, ein klares Ziel definieren. Und damit beginnt schon das mentale Training, denn du überlegst dir, was ist dir wichtig? Wenn du ein Ziel definierst, für das du intrinsisch motiviert bist, setzt es voraus, dass du weißt, was dir wichtig ist, was dir Spaß macht. Und das ist der erste Punkt. Das heißt, nicht einfach nur ein Ziel niederschreiben, sondern schauen, resoniert das mit mir? Bin ich da motiviert? Bei mir ist zum Beispiel im Powerlifting 300 Kilo Kreuzheben. Das motiviert mich. Das zieht mich fast jeden Tag ins Fitnessstudio, um da wieder hart zu trainieren. Oder bei Rocksports gibt es viele geile Ziele, die mich motivieren. Ich muss mich nicht motivieren zu arbeiten, sondern für mich spürt sich das eher wie ein Hobby an. Das heißt, wenn du ein klares Ziel hast, dann zieht dich das wirklich dorthin. Und von daher ist das schon einmal der erste Schritt in die Richtung. Denn wie gesagt, es setzt voraus, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und weißt, was dir wichtig ist. Wie gesagt, berufliche Ziele, zwischenmenschliche Ziele, das können monetäre Ziele sein, gesundheitliche Ziele, was auch immer. Definiere ein klares Ziel, damit du weißt, in welche Richtung es geht. Denn where focus goes, energy flows. Dort, wo der Fokus hingeht, da geht auch die Energie hin. Wie eine Lupe, die die Sonnenstrahlen auf einen Punkt fokussiert. Wenn du 17 Punkte hast, auf die du dich fokussierst, dann musst du deine gleiche Energiemenge auf diese 17 Punkte aufteilen. Das heißt, die Energiemenge pro Punkt ist natürlich weniger. Das ist jetzt eine Analogie, aber das beschreibt es aus meiner Sicht ganz gut. Punkt Nummer zwei. Positive Visualisierung. Wir Menschen haben die Möglichkeit, dass wir in Gedanken Erlebnisse vorerleben. Und das Coole ist, unser Körper weiß nicht, ob wir etwas tatsächlich erleben oder uns nur vorstellen. Wir alle kennen die Skifahrer, die bevor sie fahren, ihre Mindset-Übung machen und die Strecke im Kopf durcharbeiten. Warum? Was machen sie dadurch? Naja, sie lassen den Körper die Situation vorerleben. Und das ist im Grunde nichts anderes wie positive Visualisierung. Das heißt, stell dir vor, mit allen fünf Sinnen, Wie fühlt sich das an, wenn du dein Ziel erreichst? Wie richtest du das? Wie fühlt sich das an? Welche Leute sind da dabei? All das so konkret wie möglich. Und dadurch bekommst du noch einmal mehr Motivation, das Ziel zu erreichen, weil du fühlst, wie geil das Ganze ist. Und das ist einfach das, was uns Menschen von den meisten Tieren, wahrscheinlich von allen Tieren unterscheidet, ist eben, dass wir bewusst nachdenken können, visualisieren können, etc. Und das müssen wir unbedingt nutzen. Visualisierung ist aus meiner Sicht einer der geilsten Dinge, die wir Menschen haben, die wir Mindset-technisch einfach nutzen sollten. Punkt Nummer drei, regelmäßige Reflexion. Und das siehst du schon, das passt mit dem ersten Punkt zusammen. Wenn ich regelmäßig reflektiere, dann kann ich schauen, sind das wirklich die Ziele, die ich möchte, die ich eingangs definiert habe? Oder vielleicht komme ich ein halbes Jahr später darauf, okay, das Ziel, das ich eingangs definiert habe, zum Beispiel zum Jahreswechsel, Neujahrersvorsätze, das ist eigentlich kein Ziel, das ich für mich selbst mache, sondern vielleicht für irgendjemand anderen, weil der vielleicht irgendeine sportliche Leistung erreicht hat und ich sage, ich will das auch und will es ihm zeigen quasi, ich mache es für ihn, aber nicht für mich selbst. Es kann einfach durch die regelmäßige Selbstreflexion dann rauskommen, hey, das ist nicht mein Ziel, sondern ich muss mein Ziel ein bisschen ändern. Ich ändere das jetzt so, dass das wirklich ein für mich intrinsisch wertvolles Ziel ist. Selbstreflexion mache ich beispielsweise immer schriftlich, denken auf Papier im feinen Rock-Prinzip-Journal, gibt es übrigens auch im Rockspot-Shop aus 100% recycelten Papier. Das ist einmal Punkt Nummer 1 oder Bereich Nummer 1, Ziele setzen und visualisieren. Der zweite Bereich ist das Thema Achtsamkeit und da habe ich mich sehr, sehr stark verbessern dürfen, denn früher war ich sehr, sehr kopflastig, da habe ich im Grunde alles niedergehackelt, was es gibt, aber habe dann oftmals auf meinem Bauch- und Herzgefühl vergessen. Und wenn man sich aber in der täglichen Achtsamkeit ein bisschen übt, dann wird man feststellen, okay, man macht sich oftmals Gedanken, was passiert morgen, übermorgen, oder man ärgert sich über etwas, was gestern oder vorgestern war und vergisst dabei, dass wir eigentlich nur einen einzigen Moment haben, den wir beeinflussen können, das ist genau jetzt. Das, was morgen passiert, gibt es noch nicht, das, was gestern war, gibt es auch nicht mehr, das ist vorbei. Ich kann nur jetzt leben und nur den jetzigen Moment beeinflussen. Und wenn ich achtsam bin, dann kann ich da einfach viel konkreter in die Situation reingehen und entscheiden, okay, was mache ich jetzt und kann einfach dort, wo der Fokus ist, auch meine Energie hinschicken. Punkt Nummer 5, das ist für mich auch ein ganz essentieller Punkt, wir Menschen, wir haben Gefühle, aber wir sind nicht unsere Gefühle. Und darum habe ich hier hergeschrieben, Gefühle erkennen und kontrollieren. Kontrollieren dich die Gefühle oder kontrollierst du die Gefühle? Wenn man da ein bisschen einen Blick zu den Charlin-Mönchen wirft und sich da mal ein paar Bücher durchliest oder vielleicht sogar mit dem einen oder anderen spricht, dann ist dieses Gefühlsthema ganz, ganz wichtig. Wenn ich ein Gefühl aufpoppen sehe, dann ist es zum Beispiel wie eine Wolke, die über den Himmel zieht. Ja, die zieht einfach vorbei, ich kann sie sehen, ich kann sie erkennen, aber die Frage ist immer, wie reagiere ich darauf? Darauf kann ich individuell reagieren, ich kann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Viktor Frankl nennt es die letzte menschliche Freiheit, wenn etwas passiert und meine Reaktion darauf, dieser Raum da dazwischen, da kann ich entscheiden. Auch wenn etwas Schlimmes passiert, kann ich entscheiden, wie ich darauf reagiere. Reagiere ich direkt im Affekt und Fluche und Schrei herum oder atme ich einmal tief ein und sage, okay, alles halb so wild. Gefühle erkennen und kontrollieren. Und du siehst, es sind alles unter Anführungszeichen in der Theorie relativ einfache Punkte. Die Challenge ist, wie kann man sie im Alltag umsetzen. Und du musst nicht alles auf einmal umsetzen, sondern nimm dir mal eines raus und versuch das einmal jede Woche oder eine Woche, jeden Tag einmal, zumindest einmal pro Tag zu prüfen beziehungsweise anzuwenden. Dann wirst du merken, da verändert sich schon was. So, dritter Bereich. Positive, auch hier wieder die Betonung darauf, positive Selbstgespräche und Routinen. Warum Selbstgespräche? Grundsätzlich, unser Verstand denkt den ganzen Tag. Du kennst es vielleicht, wenn du mal abends im Bett liegst und da oben rattert es noch von vorne bis hinten oder es passiert irgendetwas, irgendein Geschehen ist im Alltag und dann beginnen bei uns im Kopf schon automatisch die Bewertungen. Ist es gut oder schlecht? Wenn es schlecht ist, was passiert da? Und plötzlich verliert man sich in ein Gedankenkonstrukt. Das sind dann oftmals negative Selbstgespräche, die wir quasi unbewusst führen. Du kannst aber das auch für dich positiv verwenden. Konkretes Beispiel, ich kenne es bei mir beim Krafttraining. Wenn ich ein Gewicht vor mir habe, zum Beispiel beim Kreuzheben und ich merke in der Satzpause schon, okay, jetzt kommt der Verstand und sagt, boah Chris, das ist aber schon schwer. Und der letzte Satz, boah, der war schon richtig anstrengend. Vielleicht ist das zu schwer. Und plötzlich fängt diese negative Spirale an. Und da kann man dann sagen, hey, ja, das ist schwer, aber ich habe richtig viel Power. Ich habe sehr, sehr sauber trainiert. Ich habe super gegessen. Das heißt, die Power ist da. Ich bin gut regeneriert. Ich schaffe das. Ich habe die Power. Dieser Satz gehört dir, sage ich dann immer, mir im Kopf. Das heißt, du kannst die Gespräche, die du führst, entweder in der Negativspirale automatisch ablaufen lassen, oder du greifst da bewusst ein und nutzt dieses Tool für dich. Das kann man natürlich sagen, als Selbstgespräche, Kollege hört es ein bisschen, ist natürlich eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Auf der anderen Seite kannst du, wie gesagt, das automatisch ablaufen lassen und das für blöd abtun oder dich bewusst damit beschäftigen. Denn am Ende des Tages profitierst du davon oder eben auch nicht. Punkt Nummer 7. Routine und Rituale schaffen. Wenn du regelmäßig bei ROCK TV dabei bist oder auch eben schon mein Büchlein gelesen hast, da steht drinnen, wie du neue Routinen etablieren kannst beziehungsweise Routinen, die dir vielleicht nicht Spaß machen, abstellen kannst. Auch diese Möglichkeit gibt es. Und Routinen und Rituale sind für mich einfach so Dinge, die einen gewissen Grad an Sicherheit geben beziehungsweise wenn du Routinen schaffst, kannst du einfach effizienter Dinge abarbeiten. Denn so wie beim Zähneputzen, musst du da noch überlegen, das zu tun oder beim regelmäßigen Duschen, musst du da noch überlegen, das zu tun oder ist es schon ein gewisser Automatismus. Und wenn es Automatismus ist, müssen wir weniger Energie dafür investieren und somit haben wir einfach mehr mentale Kapazität für andere Dinge beispielsweise. Und achter und letzter Punkt, das ist für mich auch wichtig, das habe ich lernen dürfen, Selbstmotivation durch kleine Erfolge. Ich war immer jemand, und da muss ich mich auch regelmäßig jetzt noch immer ein bisschen an den mentalen Ohren nehmen, ich bin jemand, der sehr, sehr viel arbeitet, sehr, sehr viele Dinge versucht umzusetzen und da vergisst man dann ab und zu mal drauf auch diese kleinen Erfolge, die sich ja regelmäßig einstellen, dass man die auch feiert. Und ich sage mal, einhackeln auf österreichisch gesagt, Gas geben, umsetzen ist gut, aber es darf durchaus auch einmal kurz einmal innehalten sein, tief durchatmen und sagen, geil, das habe ich richtig, richtig gut gemacht. Denn genau durch diese kleinen Momente holst du dir wieder die Selbstmotivation und es geht nicht immer aufwärts, es ist nicht immer alles toll, aber durch diese kleinen Selbstmotivationsspritzen geht es dann einfach einmal, auch wenn es einmal in ein kleines Tief reingeht, einfach wieder weiter. Das heißt, du siehst, es sind alles viele kleine Punkte, die einen richtig geilen Mehrwert schaffen. Die Liste könnte man auch weiter fortsetzen. Wie gesagt, wir haben hier in meinem Buch 78 solche Tipps quasi drinnen und es geht aber wie gesagt auch nicht darum, die genau in dieser Reihenfolge durchzuführen. Die Liste ist nicht erschöpfend, die ist auch nicht nach Prioritäten gereiht, sondern das ist wie ein Bauchladen, wo du dir die Dinge rausnehmen kannst und das Ganze einfach umsetzen kannst. Ja, und ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, das ist knackig und kurz genug gewesen und ich freue mich, wenn das eine oder andere dabei ist und du sagst, hey, das ist ein cooler Mehrwert. Und ich kann einfach nur von Herzen empfehlen, wenn du dir jetzt denkst, okay, mit ein paar Punkten, da kann ich nicht wirklich was anfangen. Wenn du dich da oben damit beschäftigst und das ist, schau dir einfach mal den Leistungssport beispielsweise an. Schau dir erfolgreiche, in welcher Form auch immer, Unternehmer, Familien, Väter, Mütter, was auch immer an. Da wird auch immer viel da oben gearbeitet. Entweder haben sie es intuitiv im Griff, das Ganze, oder sie beschäftigen sich aktiv mit dem Thema. Und ich kenne es halt aus dem Leistungssport, da wird halt aktiv an diesen Dingen gearbeitet, weil man weiß, sportliche Höchstleistungen sind eben nicht nur im Training, nicht nur in der Ernährung oder Regeneration, sondern eben auch da oben im Mindset. In diesem Sinne, mentales Trainingsgruß, Spruch, das war jetzt der Blödsinn, mentale Grüße aus dem Rockstudio. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten RockTV-Folge wiedersehen.